Das ist Steffi, eine Chemikerin. Sie mag es, wenn alles nach Plan läuft und findet es toll, wenn alle Steine zusammenpassen. Und vor allem liebt es Steffi, wenn alles nach ihrem Willen läuft. Das ist Steffis Freund Markus. Er ist irgendwie anders und hat eine einzigartige Vision. Und mit dem zusätzlichen Online-Multiplayer können Steffi und Markus jetzt online zusammenspielen, erforschen und bauen. Auch wenn sich ihre persönlichen Geschmäcker leicht voneinander unterscheiden, so arbeiten sie doch super zusammen. Meinungsverschiedenheiten führen oft zu Innovationen. Und wenn zwei kreative Genies wie Steffi und Markus online zusammenarbeiten, kann etwas Wunderbares passieren. Zwei Visionen, eine Welt. Willkommen bei LEGO Worlds. Zwei Visionen, eine Welt. Willkommen bei LEGO Worlds.